Hallihallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Planet Base. Ja, Planet Base, ein wunderschönes Spiel, das echt Spaß macht und, äh, auch. Oh mein Gott. Das war echt. Hat sich ganz knapp angehört. Ja, ich will schnell speichern. Unsere Essenvorräte sind gering. Äh, würde mich ja auch nicht wundern, warum. So. Jetzt haben wir nämlich nichts mehr zu essen da. Ich mach zweimal das und einmal stärker. Ja, ich weiß, wir haben kein Essen mehr. Ähm, das hier, bitte mal. Das ist wichtiger. Wir brauchen echt Essen. Gering. Oh, da hat sich jemand verletzt. Oh. Zwei. Ich will noch eins. Komm, man serkelt das erstmal. So, da wird es gleich morgens. Was brauchen die Stärke dafür? Einmal das, äh, Bioplastik. Heilpflanzenfeld gebaut. Natürlich das, was man braucht, gell? Ah, wir sind ganz schön knapp am, am, am Limit. Muss man schon so sagen. Wir haben einmal Stahl, einmal Heilpflanze, zweimal sogar schon. Einmal das, ich warte nur, ein Salatfeld. Und kein, kein Essen mehr. Jetzt schon wieder einer verletzt. So, weit dem Feld. Gibt nochmal auch, äh, schön. Da verhungert gleich einer. Gut. Ganz knapp am Verhungern. Ja, wir müssen jetzt so ein bisschen warten. Dass jetzt, dass, äh, die... So, jetzt, jetzt kann man erstmal so ein bisschen... ein Essen machen. Also, ich weiß, dass die gering sind. Ja. Das müsste jetzt reichen, eigentlich, für die Nacht. Gut. Dann, äh, mache ich... den Landepad. Na, drei Stück. Weil mit Stahl sind wir auch ganz, ganz gut beschäftigt. So. Oh, zweimal. Oh, komm. Komm. Komm doch erst mal raus. Okay. So. So. Das haben wir es. Jetzt haben wir es. Ein Stahlfeld. Und da scheint irgendwie ein Soundpack zu sein, oder? Nee. Oh. Da müsste es eigentlich mit der Zeit jetzt langsam anlaufen. Wir haben noch einmal. So, hier dreimal das. Müsste langsam. Rotkartoffelfeld. Rotkartoffelfeld. So. Oh, nein. Da ist ein Sturm. So. So. Ich bin klar hungrig ins Bett gehen. Und der irre Parabel beschädigt. Ja. Okay. Wir haben keinen Bautransporter mehr. Kein Bautransporter mehr. Leider. Die sind ein bisschen doof. So, Landerlaubnis. Genau. Da möchte ich ganz gerne Basisverwaltung und Landererlaubnis. Da können nur Biologen kommen. Oh, ich habe Expansion erreicht. Was steht da? Du hast es geschafft, neue Kolonisten auf deiner Basis zu locken. Ja. Habe ich das geschafft? Da ist es schon eine kleine Basis. Und schon so. Und schon wartungsintensiver. So. Nein. Und das für 20. Genau. Auf jeden Fall noch ein paar Kolonisten. Nehmen wir jetzt auf jeden Fall mit Labor. Händler. Und Bau-Bot. Was hat denn da für einen Wert? 1, 2, 3, 4. Gut. Ja, ich wollte das jetzt ein Bau-Bot unbedingt haben. Händler. So. So. So, was wir auch gleich noch bauen können, ist das Sicherheitskontrollzentrum. Können wir dann hier hin machen. Ich brauche auch noch ein paar Ressourcen. Also wie gesagt, äh... So, da machen wir jetzt auf jeden Fall noch mal so ein Plastikding. So, ähm... Äh, dann... Nee, nicht Spielmenü. Ähm... Anderlaufnis. Okay, Ambienloge. Machen wir mal wieder. Gut. Dann los geht's. Weiter geht's. Äh... Rettortenfleisch. Und Arzneimittel. Wie gesagt, Essen ist immer wichtig. Oh. Handelsschiff. Was haben wir hier im Bohrbott? Äh... Ein Patent fürs Bohrbott. Ein Bohrbott. Alter, 45% Kommission. Äh, kann man nicht schreiten. Gewebegenerator wurde gebaut. So, wie viele Leute kamen jetzt an. Okay, paar Arbeiter, dann, ähm, also das ist jetzt noch ein bisschen Landeerlaubnis. So, haben wir jetzt noch ein paar mehr Arbeiter. Teilprozessor wurde da gebaut. Oh, Teile. Oh, 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 oh. Das war... Knapp. So. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt hier, ähm... Außenstruktur, Solarmodul. Oh. 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 zwei stück um 40 prozent voll das ist schon viel gut da würde ich sagen war das erst mal für diese folge ich bedanke mich für zuschauen und wenn es euch gefallen hat dann ja daumen nach oben muss ich sagen und ja die kamera und technologien dann würde ich sagen ich bedanke mich für zuschauen wenn es euch gefallen hat dann gebt einen daumen nach oben und ich sage fürs erste tschau und auf wiedersehen bei bei